Kommen die? Kommen die? Was? Moment. Hast du gesoffen? Da schieß ich extra vorbei, sagt er. Ich hab gesoffen. Einer rechts ist auf der Sandsack, einer oben. Oben schon, auf die Plattform? Ja. Warten wir, bis ich da die Waffe rumbringe. Der Glockschutz wieder, ne? Guck ihn dir an. Der ist gut. Wenn du auf der Plattform bist, kannst du da hinten auf die Erhöhung laufen. Da hinter den Sandsacken hockt er. Der letzte noch. Du hast ihn? Ja. Bist du hit? Hä? Echt jetzt? Das hab ich auf Video. Das war ja jetzt krass. Ist okay jetzt. Ja, ist okay. Hätt, 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 hätt. Hätt, 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 hätt. Noch einer mit der Glock. Hätt, 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 hätt. Ja? Wisse, hätt. Was? Oh, du Tier. Ich bin hätt, ich darf nicht. Hätt. Hätt, 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 hätt. Ja, ich hab' noch mal raus. Ich hab' noch mal raus. Das war, wie ich jetzt orte. Wenn einer aus dem Board kommt, musst du dich auf mich schießen. Das geht so laut. Oh, Mann. Oh, Mann. Sogar. Oh. Hätt, hätt. Hätt ich dir nicht machen. Oh, guck ihr, dass es zwei Seiten ist. Sehr schön. Aber der ist auch raus. Ich habe den Christian noch geholt. Die laufen ständig die Holztreppe hoch. Ich gehe mal hier offensiv. Wenn ich rauskomme, weiß ich, es kommt was.